Herzlich Willkommen! Wie alt bist du denn? Neun bin ich. Ach, das ist ja super, weil Kinder unter zehn Jahren essen bei uns komplett kostenlos. Oh, das ist aber toll. Gut. So, habt ihr euch denn schon entschieden? Ja. Das Kindermenü Captain Shark, ein Grapefruit-Saft wie Tello Tonato und danach noch Strüffel Spaghetti mit Scampi. Und sie wollen nichts? Nicht nur ein kleines Mineralwasser-Sitzel. Das Kindermenü Captain Shark, ein kleines Mineralwasser-Sitzel.